Heute zeige ich euch einen Trick, wie man mit dem Rasenmäher Laub weg macht. Das Mehlwerk ganz runter stellen auf 20 mm und dann einfach ganz dicht übers Laub fahren. Das Rasenmäher war mit alles auf. Das Rasenmäher war mit alles auf. Das Rasenmäher war mit alles auf. Bis zum nächsten Mal.